Mein Name ist Catherine Dance, San Francisco Police Department. Daniel Pell, ich ermittle im Mordfall Sleeping Doll. Ihnen wird vorgeworfen, daran maßgeblich beteiligt gewesen zu sein. Was haben Sie dazu zu sagen? Er greift nach dem Wasserglas. Was? Übersprungshandlung? Ablenkung? Nervosität? Er versucht sich Zeit zu verschaffen. Bleib dran. Ich muss den Druck erhöhen. Ich lehne mich vor, dringe in seinen Raum ein. Lass ihm keine Zeit. Er weicht meinen Blick aus. Er zieht sich zurück, will nichts preisgeben. Er blinzelt. Er schaut weg. Oder weiß er vielleicht wirklich nichts? Er hat Stress. Ich spüre, da steckt mehr dahinter. Ich glaube, er weiß was. Die Körpersprache sucht sich immer ihr eigenes Ventil. Und das sind meine Beweise. Mein Name ist Catherine Dance. Ich bin Chinesik-Expertin. Oder einfach die Menschenleserin.